Glück auf meine Kumpel und Malocha, in diesem Video sprechen wir über Tosun und die mögliche Laie zu Schalke 04. Ja, Tosun wird gerade gehandelt, es steht eine Laie bevor, eventuell, ist noch nichts fix oder so, aber ich würde da gerne mal meine Meinung zu dem Transfer kundgeben. Und zwar würde ich das leicht positiv sehen, auf jeden Fall, weil ich denke, zum einen brauchen wir einen Stürmer, Patienzer fällt aus, Kutucu wird wahrscheinlich ausgeliehen, ich meine, letztes Spiel hat Hoppe bei uns im Sturm gespielt, da brauchen wir auf jeden Fall Ersatz für den Patienzer, Ibisevic hat uns ja auch verlassen, da brennt es auf jeden Fall auf der Position. Ist für mich die zweitwichtigste Position, wo man einen Spieler präsentieren sollte, nach der Rechtsverteidigerposition, und da sehe ich den Bedarf noch ein bisschen größer. Aber kommen wir jetzt zu Tosun als Spieler. Ich finde, das ist schon ein Spieler, der ein gewisses Potenzial hat. Ich frage mich nur, ob er uns jetzt sofort weiterhelfen kann, weil er hat schon eine gute Karriere hingelegt. Ich muss sagen, die hätte deutlich besser werden können. Ich fand, in seiner Blütezeit war er einer der talentiertesten deutschen Stürmer und dann hat er sich aber dafür entschieden, über die Türkei die Karriere fortzusetzen, dann auch für die türkische Nationalmannschaft. Hat ja angefangen in der deutschen U-Nationalmannschaft und ist ein bisschen so von der Bildfläche verschwunden. Dann so im mittleren Alter hatte der dann so einen Durchbruch bei Biskitas, wo er wirklich eine Saison lang wirklich sehr, sehr gut genetzt hat, ist dann direkt auf die Insel für 22 Millionen gewechselt. Er ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her zu erwarten und hat in der ersten Saison ganz gut getroffen und danach ist er auch mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Deswegen muss ich sagen, so die letzten zwei Jahre kaum Spiele gemacht, war auch viel verletzt. Da weiß ich nicht, ob der gerade so diese Form hat, ob der uns da sofort weiterhelfen kann. Ist auch in seiner Karriere nicht unbedingt der absolute Torjäger gewesen. Klar, der hat oft das Tor getroffen, aber der hat auch immer wieder Saisons gehabt, wo der mal nur sechs Tore gemacht hat oder wo der ja im unteren zweistelligen Bereich, und das ist ja die türkische Liga, die ist jetzt auch nicht die beste oder zu den Top-5-Ligen gehört die auch nicht in Europa. Hat er da auch vielleicht mal zehn Tore oder so gemacht. Und das so insgesamt hat er wirklich nur diese eine Saison in Bichigtasch und ein paar gute Saisons, würde ich mal sagen. Plus eine gute Quote in der Nationalmannschaft, aber da spielt man ja auch gegen irgendwelche Länder aus der Wallachai, also die da auch kaum Qualität im Kader haben. Deswegen Nationalmannschaft, Tore in der heutigen Zeit würde ich nicht allzu hoch anhängen. Kann natürlich funktionieren, kann natürlich funktionieren, absolut. Und man muss auch sagen, wen kriegst du denn jetzt im Winter? Du kannst natürlich auch versuchen, so einen ablösefreien Spieler, der gerade vereinslos ist, da sind ja einige Namen, Manzukic, Bonny, Kosta, Hulk, sind alle ablösefrei, nur da muss er halt richtig Gehalt blechen. Und ich glaube, die Spieler haben auch andere Vereine, wo die daran interessiert sind. Wird halt sehr, sehr schwer, so einen Spieler für ein geringes Gehalt zu bekommen. Denke ich auch, ist meistens unrealistisch. Und man muss auch sagen, dass diese Spieler ja noch weniger im Saft sind, da die ja vereinslos sind. Und der Tosun hat ja noch zuletzt in Everton regelmäßig trainiert. Oder trainiert ja immer noch. Deswegen, ich finde es schon mal richtig, dass man da einen Spieler holt auf der Stürmerposition. Und der Tosun kann ein guter Spieler sein. Muss man halt auch ein gewisses Glück haben bei dem Transfer, dass man da mal auf das richtige Pferd setzt. Ist aber auch wieder so eine typische Schalke-Sache, dass man da meistens daneben liegt. Deswegen, auf jeden Fall positiv, wenn der kommen würde. Würde uns auf jeden Fall schon mal verstärken, weil wir haben da aktuell nur einen U23-Spieler, der da spielt. Aber, ob der uns jetzt vom Abstieg retten wird, wage ich noch zu bezweifeln. Schreib mal deine Meinung zu Tosun in die Kommentare. Schreib mal deine Meinung, ob das ein guter Transfer wäre, ob das eine gute Laie wäre, in die Kommentare. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Schreib mal deine Meinung, bitte. Schreib mal deine Meinung, bitte. Schreib mal deine Meinung, bitte. Schreib mal deine Meinung, bitte.